So, dann kommen wir zurück zu Let's Play GTA San Andreas und wir haben in der letzten Mission, was war das? Ja genau, diese Flussscheiße, diese Wasserkacke endlich erledigt, das heißt, Lungenvolumen kann uns jetzt eigentlich komplett unterladen sein, brauchen wir nicht mehr, zum Glück. Und, ja, Panzer und Mission haben wir jetzt auch wieder schön, das ist glaube ich, jetzt kommt so gut wie selbst mal die letzte, der vorletzte Mission von Woos jetzt erstmal hier in San Fierre kommen sollte, wisst nicht, wer es sonst noch großartig hier wäre, der Darlang Tang, hat, also doch noch ein paar Missionen, doch, 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 doch. Das ist ein großer, das ist der, der sich in der Runde Geckotang wird, aber etwas ist, und ich muss das auch ausprobieren, Entschuldigung. Little Lion, was ist die Nachricht? Damn, warum heute, von allen Tagen? Okay, shit, take Guppy und go check it out. Trouble? The Darlang boys are arriving today on a Container Ship, Little Lion's gone to check it out. I really got to go to. Hey man, look, join me trip. I'm gonna handle this for you, alright? Thanks, my friend. Your help and friendship has been invaluable to me. Thanks, man. What are the other guys? Oh, they're getting the helicopter to do a couple of flyby's of the ship. Look, if everything goes well, I'll call you in a week or so and invite you to my new spot. Ja, genau, wenn alles gut läuft, neuer Platz und so. Und der neue Platz ist in Las Venturas. Hey CJ, what are you doing? Just popped in the woods, go on his way up. Feel me in, I thought I'd go with you. Well, we ain't rolling. Whoa, hurling. Strap in and strap up. Oh, das wird jetzt eine richtige Scheiße. Sind wir Missionary, šießend, aaa, jaa. Okay, so farne. So farne ja? Okay. Das wird nur ... Im Karm schadern schiefgehen, ey. Ja. Ja toll. Solta umfarr spacing. Wenn wir ihn mal sehen. Hallo. De Bel konnte nie warten! Ich hab ihn, Mann. Hält ihn an meinen Bebook. Hey, hit those Da-Nang-Bastards! Fuck my life! Er hat ein Thema mit Schrott, äh, mit Kontrolle zu schießen. RPG! RPG! Where? What's that? Den krieg ich auch nicht! Wait, we're going down! Brace for impact! Okay, der war klar, dass ich den kriege, aber ich dachte, den anderen kriege ich. Ah, dieses Ziel mit Kontrolle ist so scheiße freihändig. Ah, Mann, das verletzte! Verdammt, ich verletzte alles, aber mein Blatt! Habt ihr irgendwelche Survivors gesehen? Nein, niemand kriegt davon raus. Ich bin mal gespannt, wie weit ich's bekomme ohne... Äh, mit Schleich, meine ich. Ich hoffe weit. Okay. Jawoll! Doch, den anderen habe ich gekillt, nice! Nice, der Scheiße! Sehr gut! Ich würd so lachen, wenn ich das Schleichen hinbekomme. Ich würd so lachen. Aber ich glaub nicht. Mein GTA-Adress ist nicht so einfach zu schleichen, aber es ist auch nicht so schwer. Also... Naja, gut. Okay. Was sind die ganzen Wichser? Das wär jetzt die nächste Frage. Was heißt hier hoch, Mann? Oh, Mann! Ach, du Autol, wie soll ich das machen? Das geht gar nicht. Gut, dann wird geballert. Wenn ich jetzt auch nichts für... What up! Alter! Feige Sau, du! Alter! Sack! In your face! Okay, hier in der Mission ist echt gut, dass ich schon bessere Lebendinger hab. Das ist echt gut hier in der Mission, aber sonst wär's scheiße. Hey! Komm schon! Sehr gut. Mann, ich will mein SMG haben. Ich hab grad vorher Munition gekauft für SMG und da sag ich wieder keine geile Ding. Okay. Muni. Okay, Digga. What's up! Sehr gut. Kann man schon nachladen? Das ist das Wichtigste. Komm, wo seid ihr? Aber deshalb, die Waffe hat echt viel... Viele Schüsse in der... Wat? Ja, viele Schüsse sind in der Waffe so rum. Oh, dass ich nachladen muss, weil 50 Schüsse... Das ist ja in Ordnung. So, Munition. Okay. Hier ist nix. Schade. Okay, hier in der Mission bin ich echt froh, dass ich die bessere Lebensleiste schon hab. Bin ich echt froh. Aber hier wär's echt glaub eng. Ich glaub, wie ich das letzte Mal gespielt hab, hatte ich... Hatte ich die... Rettungsding Mission sowieso nicht gemacht. Und bin ich bei der letzten... Allerletzten Mission auch... Sehr oft gestorben. Okay, sehr oft zweimal. Aber gut. Gut. Ne, nicht mehr lange, dann bist du tot. So schießt er was, Kollege. Ja. Feige Sau. Feige Sau. What's up? What's up? Komm schon an den Pimmelgesichter hier. Ich fick euch alle weg. Ihr wisst das genau. Du bist bald tot, Kollege. So, jetzt kommen hier viele. Das weiß ich. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Jawoll. Hä? What? Hä? Versteck dich halt noch, Feige? Du Sau, Alter. What the fuck, Junge. Warte, ne feige Gurke. Ah, genau, ich weiß schon. Okay. Go! Stick this up your ass! Ja, ja. Kannst... Ja. So muss man dort laufen, weil sonst hat man doch keine Chance, wenn der mit Moller verpfirft oder von hinten den abzuschießen, dann hast du keine Wuffen. Ja, ich bin hier. Hi. Ja, der Snakehead. Der Snakehead nämlich, in Anführungszeichen, der, ein Mini-Endgegner. Betonen liegt er wirklich auf Mini. Genau, er. Oh man, oh man, oh man. Dieser Mini-Endgegner ist wirklich ein Witz. Warum zum Kack, äh, habe ich bitte Leben verloren, wenn ich eine Panzerung noch immer hab? Hä? Ich hab halbe, halbe Panzerung und halbe Leben, wird, 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 wird für eine Logik. Ha. Ja, okay. Es wär auch nicht schlecht, wenn ich hier mal irgendwas finden würde, so, weiß ich nicht, Panzerung oder Leben, das wär, ähm, eine schöne Sache. Aber ich weiß nicht, ob hier irgendwo was wäre. Und falls doch, weiß ich nicht wo. Tja. Das kann man nachladen. So. Aber ich glaub, das krieg ich hin, mit der Energie. Müsste. Ich geh ins Wasser fallen, das ist scheiße. Weiß ich, ob da ein bisschen vorbei ist, aber dann müssen wir wieder hochklettern und, äh, warte mal, hier ist's doch einer. Den trifft ich von hier nicht, oder? Doch. Ey, Punk-Ass. Ah, ah, ah. Traumhaft. So. Okay. Ihr Wichse, ihr Wichse, ihr Wichse, ihr Wichse. What's up? Der checkt's aus, wenn er das Blüfen hält. Hier schießt jemand, du, hä, wot, 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 ich weiß nix. Okay. Was geht? Na klar. Ah, das glaub ich, wir klären das hier. Ah, das glaub ich, wir klären das hier. Ja, komm. Und das hat sich auch erledigt. So, don't fuck with CJ. So. Das war einfach. Ich weiß auch nicht, was das für ein Fight gewesen sein hätte sollen oder so. Wer hier drauf geht, der ist echt. Holy shit. Okay, warte mal, wie, wie muss ich uns hier, äh. Ah, das ist klar. Ich ist halt bitte, ich muss, äh. Jesus fuck, wo muss ich hin lang? Nee, hier nicht. Hä? Nee, hier. Hier irgendwo. Hier sind sie, okay. Wie komm ich jetzt hier runter holen, dass ich drauf geh? Hier. Zack. Zack. So, nicht. Ohhhh. Na egal. Ich wär so ausgerastet, wenn ich jetzt hier drauf gegangen wär. Boah, alter. Ja. Ihr habt aber auch einen Scheißpunkt zum Treffen. Jetzt haben wir's. Danke für alles. Ja, kein Problem. Puh. Sehr gut. Ah, die Ruse-Mission sind so geil, da krieg ich immer so viel Kohle. Okay. So. Ah, jetzt haben wir die eine Mission, die wir die ganze Zeit schon gedacht haben, die kommt. Okay. Das heißt, erst mal. Na ja, passt. Habe ich meine Waffen wieder? Nee, ich hab echt meine Waffen nicht mehr. Ich kann kotzen. Ja, das ist mir sowas von rolle. Ich hab echt meine Waffen nicht mehr. Warum zum Kuckuck kriegt man denn die nicht wieder, dann wenn man die Mission vorbei hat? Ist ja voll bescheuert. Geil, das kann ich wieder emulation. Ohhhh. Nee, oder? Ich krieg nen Anfall. Geile Ding. Super. Freu mich. Okay. Da würde ich sagen, gehen wir uns dann auch wieder beim nächsten Mal. Und hoffentlich wieder mit voller Munition und mit meinen Waffen. Ja, nicht schlecht und ach du Scheiße. Also, bis dann. Ja.